Zigarettenpapier. Mein Lieblingskunststück, weil es so überzeugend ist, kurz und knapp und es kann eigentlich nicht cheap gehen, wenn man ihn gut geübt hat. Stellt euch vor, ich komme nach Hause, früher süchtiger Raucher, habe selber gedreht, genug Tabak zu Hause, letztes Paper. Was passiert vor lauter Nervosität mit meinem letzten Paper? Kaputt. Total schlimm für einen süchtigen Raucher, aber wenn man aus diesem Paper eine kleine Kugel macht, feucht macht und wieder trocken föhnt, und genügt schon. Dann macht man das ganz vorsichtig wieder auf und kann es noch mal probieren. Da bitte ich euch, übt das gut, weil der kommt echt super, wenn ihr ihn gut geübt habt. Jetzt kommt die Auflösung. Das Setup funktioniert so, dass wir einfach ein ganz normales Zigarettenpapier hier haben und als Vorbereitung habe ich hier ein kleines zusammengeknülltes Zigarettenpapier. Funktioniert ganz einfach. Zigarettenpapier, bisschen zusammen, Kügelchen und das zusammen in der Tasche haben. Man nimmt es raus, öffnet das und unter der Deckung von der Schachtel, von dieser Paper-Schachtel, übernehme ich das einfach hier so in die Hand, kann das von beiden Seiten zeigen. Niemand sieht, dass ich hier dieses Kügelchen versteckt habe. Erzähl mal eine Geschichte, wie das Zigarettenpapier zerreißt. Jetzt machen wir ein kleines Kügelchen hier draus, während ich das Kügelchen hier versteckt halte und bei diesem zusammen Knollen übergebe ich das so in die Hand, dass ich jetzt hier beide Kügelchen kaputtes, ganzes zeigen kann. Und dann sage ich, und jetzt muss ich das nur einmal feucht machen und trocken füllen. In dem Moment, das ist der spannende Teil, übernehme ich das hier in die Hand, gehe mit diesem Finger, mit diesem Kügelchen an den Mund, um den Finger nass zu machen, feucht machen und dabei nehme ich das in den Mund und schluck es runter. Ist ja nur Papier. Feucht machen, trocken füllen, beim Reden gucken, dass niemand das Kügelchen sieht, also schluckt es schnell runter. Und erst, wenn ihr es runtergeschluckt habt, sagt ihr, und das war es schon. Und dann machen wir es ganz vorsichtig und langsam wieder auf. Und das ist wieder ganz. Das war die Auflösung für das Zigarettenpapier. Ein bisschen Paper und ihr könnt diesen genialen Trick vorführen. Viel Spaß!